Wir feiern 10 Jahre Pöld TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Juhu, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Jubiläumsangebot des Tages. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir haben was super Schönes für Sie, egal ob es vielleicht beim Familienfest ist, bei der Taufe, beim Geburtstag. Und wir probieren das jetzt auch mal ganz kurz aus. Wir drucken uns nämlich jetzt mal ein Foto aus. Achtung, Achtung, Moment. Zeig. So, Achtung. Dauert jetzt einen kleinen Moment, jetzt verarbeitet Ihr das Foto, deswegen ist das Bild schwarz. Aber Sie haben das Foto jetzt im Handy gespeichert. Was stinklangweilig ist, solche Fotos schaut man sich nie wieder wirklich an. Das ist das Originalfoto. Und jetzt drucken wir uns das Foto ganz einfach mal aus. Und wenn Sie jetzt sagen, wie ausdrucken, genau das können Sie nämlich mit unserem Jubiläumsangebot des Tages machen. Und diese lustige Situation bei einer Feier, bei einer spontanen Zusammenkunft oder vielleicht auch ganz einfach mal, wenn man sich mal mit Mut und Freude trifft. Finde ich cool, oder? Absolut. Möchtest du auch eins? Ja, ich möchte auch eins. Das geht ja super schnell hier. So, zack. Du drückst da drauf und nach zwei Sekunden habe ich schon eine Hand. Ja, ganz genau. Also wenn man das mal mit anderen Sofortbildkameras vergleicht, ist das natürlich, ich sage mal, wie Feuer und Wasser vergleichen. Sie kennen das, diese typischen Sofortbildkameras. Die hatte man in den 70er, 80er Jahren schon. Da kostete so eine Rolle mit so 12 oder 15 Fotos, ich weiß nicht mehr, ein kleines Vermögen. Die haben heute auch wieder ein Revival erfahren, sind also wieder in allergrößter Beliebtheit. Aber ein Bild alleine aus so einer Sofortbildkamera kostet schnell mal über einen Euro. So, ja, und da ist natürlich dann so ein Spaß, dann relativ schnell mal ein kostspieliges Vergnügen. Wenn Sie hier ausdrucken möchten und Sie haben eine 8 Meter lange Rolle hier schon mit dabei, knapp 6 Zentimeter breit die Fotos. Da reden wir von Penningscore, hätte meine Mutter früher gesagt. Also ein paar Cent sind das gerade mal, die so einen Ausdruck kostet. Aber ich glaube, für so außergewöhnliche Situationen, ja, wo man ganz einfach mal ein Foto physisch mal wieder in der Hand hält. Ich komme noch aus einer Zeit, da kannte man das noch, Fotos in der Hand zu halten, ist das einfach großartig. So ein Foto pinnst du dir an den Kühlschrank, so ein Foto hast du in der Brieftasche mit dabei. So ein Foto steht auch mal auf deinem Nachttisch oder auf deinem Schreibtisch. Und ich glaube, damit macht man jedem eine Freude. Und ich halte das auch mal für eine sehr, sehr schöne Geschenkidee, um ganz einfach mal tolle Erlebnisse, um schöne Situationen mal wieder mit physisch greifbaren Fotos festzuhalten. Ist das nicht genial? Ja, ich mache das einfach nochmal. Warte mal. So, gehen wir nochmal zurück. So, und jetzt mache ich nochmal von dir ein Foto. Oh ja, sehr gerne. Halt, Moment, nochmal zurück. So, warte. Etwas näher ran. Oh, das wird gut. Das wird gut. So, jetzt verarbeiten. Hast du dich selbst fotografiert? Nee, ich habe die Kamera jetzt wieder auf die Frontkamera gedreht. Ja, ich finde das super, das Produkt. Jetzt auch bei Hochzeiten oder so, im Gästebuch. So, jetzt pass auf. Für die ganzen Gäste ist doch schön, so eine kleine Erinnerung. So, ist Printing. Da kommt es schon, oder? Wow. So, pass auf, ich komme nochmal zu dir. Halt mal nochmal das Originalbild, das Originalfoto daneben. Das ist das Original. Das haben sie natürlich jetzt auch im Handy gespeichert. Ja, also ist nicht so, dass das Foto dann irgendwie verschwindet. Und das daneben dann entsprechend der Ausdruck. Ist das großartig? Ja, schwarz-weiß, vor allem voll im Trend. Ist sehr, sehr cool. Manch einer sagt, das ist schmeichelhafter als bunt. Hat aber jetzt bitte nichts mit deinem Foto zu tun, ja? Um Gottes Willen. Aber es ist großartig. Und vor allen Dingen sind sie mit ihrem Drucker so unglaublich mobil. Der ist akkubetrieben und der Akku hält für circa 600 Fotos. Wow. 40 Meter Rolle. Eine Rolle hat 8 Meter, die hier mit dabei ist. Kann man beim Feiern auch mal auf den Tisch stellen. Ja. Ist ganz einfach per Bluetooth mit jedem Handy der Welt zu verbinden. Ob das jetzt hier so ein Android-Gerät ist oder ob das auch mal ein iPhone ist, spielt keine Rolle. Die passende App gibt es kostenlos. Und dann können sie hier auch mal ein schönes Gästeboot machen, wie hier das jetzt beispielsweise gemacht. Da haben wir so eine schöne Pinnwand mit all den Fotos der letzten Wochen. Wir schauen einmal zu pearl.de. Dort sind wir bei 44 Euro und heute bei uns für 33,99 Euro mit der Bestellnummer NX 4662 unter 569. Und wir haben auch noch was ganz Praktisches gleich für Sie dazu. Das sind die Ersatzrollen, die man dafür braucht. Die sind sogar selbstklebend, richtig? Ja, das ist richtig. Die sind selbstklebend. Das heißt, auch da kann man mal ein paar richtig schöne Bilder machen. Jetzt kommt das Foto des Tages. Achtung. Oh nein. Wow. Das war ein Schlafzimmer. Und die Bestellnummer für die Ersatzrollen ist die NX 4664 und die 569. Viel Spaß damit. Sehr schönes Bild, Carsten. Das war ein Schlafzimmer.